Wie entstand die Occupy-Bewegung und wie kam sie nach Deutschland? Man hat das Gefühl, auf einmal ist Occupy aus dem Nichts da und alle wunderten sich und schrieben von der revolutionären Bewegung, die da im Herbst 2011 auf uns zuschwemmt. Ganz so war es natürlich nicht. Occupy und dann Occupy Wall Street, die amerikanische Mutterbewegung, entstanden mit einem großen Vorlauf von mehreren Jahren auf jeden Fall. Beteiligt daran waren ganz viele unterschiedliche Aktivistengruppen, Bündnisse und Protestakteure, die diesen Protest vorbereiteten. Vor allem in New York, der internationalen Stadt, in der sich dann natürlich auch Aktivisten aus dem Ausland, aus Griechenland, aus Spanien, aus Israel einbrachten und diesen Protest vorformulierten. Im September gingen dann tatsächlich in New York Menschen auf die Straße, ein paar tausend waren es erst, aber besetzten den Zuccotti-Platz in New York. Und dieser Protest fand eine ungemeine Beachtung. Wurde in den Medien viel besprochen, viel diskutiert. Occupy-Car wurde zum Label. Und einen Monat später, im Oktober 2011, gab es einen weltweiten Aufruf zu einer Demonstration. Dieser Aufruf übrigens kam aus Spanien, wurde aber auch von Occupy Wall Street weitergeleitet und weiterverbreitet übers Internet. Und kam nicht nur nach Deutschland, sondern kam letztlich auf die ganze Welt. Von Malmö bis Rio, von Sydney bis Helsinki. Überall bildeten sich kleine Gruppen zuerst und demonstrierten einige tausend. In Deutschland waren es in Deutschland weit etwa 40.000 Menschen, die an diesem Tag auf die Straße gingen und gegen die Macht der Banken demonstrierten. Wie organisierte Occupy jetzt konkret in Deutschland den Protest? Na ja, am Anfang waren viele lose Akteure. Occupy war noch keine Organisation. Dort gab es keinen Sprecher. Man wollte natürlich auch gar keinen Sprecher haben, sondern man fand sich erst mal am Ende dieses ersten Demonstrationstages am Abend wieder auf den Plätzen und setzte sich zusammen, diskutierte, machte Assembleas, offene Gesprächsrunden und sprach über das, was man denn gerade erlebt hat und was man machen möchte. Und natürlich war Occupy Wall Street hier auch wieder ein Vorbild. Die Besetzung eines Platzes mit Zelten, die Durchführung von Assembleas nach spanischem Modell. Und dies wurde dann weitergetragen von einigen Aktivistenkreisen, die dann eben vor allen Dingen die Bewegungen in Spanien, in Griechenland, in den USA, in Israel im Auge hatten, die dort Verfolgten rezipierten und nach Deutschland trugen. Unterstützung, das muss man allerdings auch sagen, fanden diese anfänglichen Occupier auch in größeren Organisationen. Attac beispielsweise. Welche Motive waren es denn genau, die die Aktivisten verbunden haben? Ja, das war auch eine Frage, die mich umtrieb. Also warum macht man das? Warum legt man sich bei minus 20 Grad ins Zelt, um gegen die Macht der Banken zu protestieren, um für mehr Demokratie? Das war das große Schlagwort der Aktivisten, einzustehen. Und wenn man die Gespräche geführt hat mit den Aktivisten, die Gruppendiskussionen geführt haben, dann gab es so ein überwölbendes Element, eine Großerzählung. Und das war die von der Einnahme des Raumes, von der Ausweitung des Raumes. Und das sah man auf ganz unterschiedlichen Ebenen. In der Politik, dort gibt es die Politiker, die einzig nach ihrer Karriere schielen und nach den eigenen Vorteilen. Hier muss wieder ein neuer Raum, so die Aktivisten geschaffen werden, für echte Politiker, die noch für ihre Standpunkte einstehen. Im Bereich der Demokratie ist die derzeitige Demokratie in Deutschland, so die Aktivisten, zur Hülse verkommen. Es ist keine echte Demokratie vorhanden. Hier muss wieder Raum geschaffen werden für eine echte Demokratie. Und das waren alles Antriebe, die die Aktivisten auszeichneten. War der Protest denn erfolgreich letztendlich? Ja, die Frage nach dem Erfolg einer Protestbewegung ist immer eine schwierige. Also Stand 2014 ist von Occupy nichts mehr da. Die Internetseite von Occupy Frankfurt ist abgeschaltet. Es findet keine Treffen mehr statt. Es findet keine Bewegungen mehr in den sozialen Medien statt. Die Bewegung in Deutschland ist so nicht mehr existent. Aber vielleicht, wenn man in 10, 15 oder 20 Jahren noch einmal zurückschaut, wird man möglicherweise sagen können, Occupy stand doch irgendwie am Anfang von etwas, von einer größeren Bewegung. Auch wenn man sich vor Auge führt, dass die überwölbenden Großthemen, Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, Globalisierungsbewegungen, Immigrationsbewegungen nicht vom Tisch sind, die weltweiten Problemlagen weiterhin da sind und immer wieder auch mobilisierungstauglich sein könnten. Vielen Dank.